Die Pest in Florenz, 1348. Zehn junge Leute ziehen sich auf ein Landgut zurück und erzählen einander Geschichten. Das Decameron von Giovanni Boccaccio. Wie ich höre, ist euer Ehemann wieder verreicht. Eine Feder des Erzengels Gabriel. Voilà, die Feder. Ho, 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 seht, die Feder des... Madonna Isabella, ich bin der Diener eurer Beglückung. Psst, sag keinen Ton. Endlich allein, du süßer Bengel. Das sag ich der Mutteroberin. Das sag ich der Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Das sag ich der Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Das sag ich der Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Das sag ich der Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Das sag ich der Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Das sag ich der Untertitelung des ZDF für funk, 2017.